Jo meine Leute, herzlich willkommen zu den Predictions der Easy Credit BBL Basketball Bundesliga für die Saison 20, 23, 24 am 6. Spieltag. Los geht's. Alle Spieler live auf Dein. Heute um 20 Uhr. Hamburg Towers und da liegt Rasta Fechter mit 82 zu 85. Dann morgen um 18.30 Uhr. Synetics MBC gegen BG Göttingen. Das Ganze geht 67 zu 91 aus für die BG aus Göttingen. Herzlichen Glückwunsch. Um 20 Uhr. Hacro Merlins-Kreilsheim und da liegen die EWE Baskets Oldenburg. 98 zu 99. Dann Würzburg Baskets. Gewinnen gegen die Niners-Kemptnets. 88 zu 69. Dann übermorgen um 15.30 Uhr. MLP Academics Heidelberg. Schlagen die Bamberg Baskets. 98 zu 63. Dann um 17.00 Uhr. Löwen Braunschweig unterliegen. Löwen Braunschweig gegen FC Bayern München im Basketball. Das Ganze geht 91 zu 103 aus für den FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 18.30 Uhr. Ratio Farm Ulm unterliegen die Telekom Baskets Bonn. 67 zu 77.00 Uhr. Dann die MAP-Riesen Ludwigsburg. Verlieren gegen Rostock Siewuls. 61 zu 91.00 Uhr. Für Tiger Stübingen gegen Alba Berlin. Das Ganze geht 85 zu 98 aus für Alba Berlin. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's vom sechsten Spieltag mit den Predictions der Easy Credit BBL Basketball Bundesliga. So, wenn euch das wieder gefallen hat. Letzt ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehmt das Glöckchen. Das nie vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann. Good Basket. Ciao.